Ich weiß, dass die Leute das nicht mögen, was ich rede. Aber uninteressant. Du musst den Leuten die Wahrheit sagen. Du sollst die Menschen nicht verarschen. Darum geht es. Wie wäre ich eine Waffe ab? Schusswaffe oder Messer? Messer. Okay. Das ist ein Übungsmesser. Okay? Kann jedes... Waffe. Sobald ein richtiges Messer kommt. Wenn ein Mensch aggressiv ist, und wenn du ihn nicht kennst, dann hast du ein Problem. Im Dojo, in der Schule kennst du ja den Gegner. Ist ein Schüler, Trainingspartner, natürlich machst du die ganzen Sachen. Sobald du aber draußen bist, er hat das Messer, zum Beispiel. Wenn er mich jetzt angreift, will ich jetzt dieses Messer blocken? Geht nicht. Auch wenn ich jetzt ihn blocke, er wird mich definitiv treffen, schneiden. Nummer eins. Zweitens, ich kenne ihn nicht. Jetzt kommt die Angst ins Spiel. Angst ist eine Blockade. Dann bist du kein Superman mehr. Dann hast du ein Problem. Was kannst du gegen das Messer machen? Es sind einfache Sachen. Schau. Wenn er jetzt kommt, wenn er mich abstechen möchte, schlägst du mir gegen die Hand. Nichts anderes. Es gibt drei Sachen. Hand, Eye-Jab in die Augen oder Redondo. Mehr brauchst du nicht. Und nicht versuchen zu entwaffnen. Jetzt hast du aber keinen Stock, keine lange Waffe. Eriertig? Wenn er jetzt mit Druck kommt, du hast Münzen, das ist sehr, sehr wichtig. Du sollst immer Münzen tragen. Jetzt kommt er mit Druck. So weit. Okay. Und dann abhauen. Nicht mehr jetzt versuchen, den Helden zu spielen und jetzt das Messer zu entwaffnen. Echtes Messer ist eine Bedrohung. Das ist ein Witz. Dann gehst du in die Kampfsportschule. Ja, wenn er so kommt, machst du das. Bla, 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 bla. Ich weiß, dass die Leute das nicht mögen, was ich rede. Aber uninteressant. Du musst den Leuten die Wahrheit sagen. Du sollst die Menschen nicht verarschen. Darum geht es hier. Alles sollte nicht Geld sein. Man sollte den Menschen wirklich helfen. Natürlich muss ich auch nehmen. Ich muss ja auch verdienen. Aber ich verarsche keinen. Man sollte immer ehrlich bleiben. Deswegen Messer. Diese zwei Sachen braucht ihr. Münzen oder was Langes. Alles andere. Vergiss es.